Aber heute soll es ja nicht um Arena gehen, sondern um das, was ihr auch schon in der Vorschau gesehen habt, was ihr vielleicht auch schon auf manchen von meinen Social Media Kanälen gesehen habt und etwas, was ich jetzt ein paar Tage, wochenlang getestet habe, mir das genau angeguckt habe und heute kriegt ihr meine Meinung zu der Screwdown Series von UltraPro. Es gibt davon einige Versionen. Also es gibt diese 3x3 Version, die ich hier habe. Es gibt eine 1x4 Version, eine 1x3 Version, eine 1x1 Version. Ich glaube, eine 3x4 Version gibt es auch. Es gibt davon ganz, ganz viele Seiten. Ich habe jetzt mal die rausgesucht und habe die mir als Beispiel eben mal angeschaut und mir ein bisschen Gedanken dazu gemacht und eben geschaut, was cool ist und was nicht. Fangen wir erst mal beim Ersten an, was ich cool finde. Wie geil ist das denn? Ich habe es ja im Intro schon gezeigt. Es ist sehr, sehr, also hier um meinen Finger, aber daneben ist so ein halber Finger von mir. Sehr dickes Plastik. Es ist aber auch sehr dickes Plastik. Das heißt, ihr habt durchgehend nur Plastik, bis auf die Schrauben. Und ansonsten habt ihr einen... Das ist stabil. Also man hört es zwar leicht knacken, aber richtig durchgedrückt kriege ich es nicht. Ist tatsächlich einfach als Aufbewahrung gar nicht mal so uncool. Was natürlich vielen direkt aufgefallen ist, wo ich schon ganz viele Kommentare bekommen habe, sind die Schrauben. Ich vermute mal, dass schwarze Schrauben 5 Cent in der Gesamtherstellung mehr gekostet hätten und deshalb einfach keine schwarzen Schrauben verwendet wurden. Schwarze Schrauben wären hier natürlich der Wahnsinn gewesen. Wenn ihr noch schwarze Schrauben da oben liegen habt, könnt ihr die natürlich benutzen. Die, die da beilegen, haben halt diesen lustigen Gold-Effekt dabei. Ansonsten, das Schwarz hier in den Zwischenteilen ist sehr, 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 naja, ich sag mal kräftig. Man kann da jetzt auch nicht wirklich durchsehen. Ich gucke mal, ob ich da so ein bisschen... Man sieht halt jetzt gerade mein Gesicht, weil es spiegelt halt wie sonst was. Weil es ist sehr glatt. Also ich kann das ja mal hier, wenn ihr es mal seht. Also es spiegelt alles, was über da drüber ist. Deswegen halte ich es die ganze Zeit schief. Das ist cool, dass das spiegelt, weil dadurch ist es sehr klar. Wenn das eine matte Oberfläche wäre, wäre es auf jeden Fall schwieriger, da drauf was zu sehen. Allerdings heißt eine glatte Oberfläche auch Probleme. Und zwar, gucken, ob ich die hier reinkriege. Ihr habt hier Kratzer, hier Kratzer, hier Kratzer, hier Kratzer. Finde ich noch irgendwas an Kratzern? Auf der Frontseite nicht. Gucken wir uns mal die Back an. Ähm, hier Kratzer, hier Kratzer, hier Kratzer, hier Kratzer, hier Kratzer. Das sind eine Menge Kratzer, die da drin sind. Nicht so geil tatsächlich. Ihr seht schon, hier das ist schwarz und die hintere Seite ist tatsächlich komplett plastikdurchsichtig. Die Rückseite hat kleine Vertiefungen drin, damit ihr die Karten einlegen könnt, so wie ich es hier jetzt auch gemacht habe. Damit die nicht rutschen. Also, die sind da drin. Nicht, dass ich mal schüttel. Die sind fest da drin. Die sind eingelegt. Ich habe noch eine Inner-Sleeve drum. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Wenn ich mir das angucke, manchmal ja, weil irgendwie da sind, aus irgendeinem Grund kommt da Staub rein. Und zwar ziemlich fies. Ich weiß noch nicht warum. Man hätte hier vielleicht eine Gummimatte einmal außenrum setzen müssen, damit das nicht passiert. Aber wenn ich jetzt mal eine Stunde die Talie angucke. Ich habe natürlich extra drauf geachtet, dass kein Staub drin ist. Ich weiß nicht, ob ich es reinkriege. Doch, kriege ich hier. Seht ihr das? Das da beim Bein? Das ist Staub. Und das drückt sich dann in die Karte rein. Das ist uncool tatsächlich. Das ist richtig uncool. Ansonsten muss ich sagen, diese Aufhänger hier. Gucken. Da. Die sind halt ein bisschen lüttig. Die sind nicht stabil. Man wird die Dinger wahrscheinlich daran aufhängen können. Die Frage ist, wie lange das da wirklich auch hält. Wenn ich das hier dran aufhänge, ich weiß es nicht. Ich habe mich noch nicht getraut tatsächlich. Ich kann mir aber vorstellen, weil das Ganze hat doch, das Ding hat Gewicht. Also eine Flasche Bier ist das fast. 0,3er Flasche. Also keine Flasche. Und damit ist es tatsächlich auch ein bisschen was, was dann auf dieser kleinen Achse liegt. Da hätte ich es lieber gehabt, wenn man zwei gemacht hätte. Und dann zwei Stück gemacht hätte. Dann ist es natürlich schwieriger mit dem gerade Ausrichten. Aber mit zweien wäre das schon cooler gewesen. Gerade auch hier über die Breite. So zwei, einer hier, einer hier. Damit, wenn man es so rumhängt, warum auch man immer das so rumhängen sollte mit Magic-Karten, macht das keinen Sinn. Ja, ich weiß. Es gibt auch seitliche Pokémon-Karten. Und ja. Es gibt bestimmt irgendwelche Sammelkartenspieler. Ultra Pro macht ja nicht ausschließlich für Magic, sondern für American Size. Und da gibt es eben auch Pokémon und andere Sachen. Und da habe ich schon seitliche gesehen. Dementsprechend ist das kein Argument. Aber selbst dann hätte ich hier oben ganz gerne zwei Einkerbungen gehabt. Und nicht nur eine. Ansonsten, was ein kleines Problem ist, ist, ihr schneidet euch das Gewinde mit den Schrauben hier selber. Dadurch habt ihr, ich weiß nicht, ob ich es genau reinkriege, hier hängt die Schraube raus. Also hier, wenn ich hier mit dem Fingernagel gegengehe, drücke ich gegen das Ende der Schraube. Hier hingegen gehe ich komplett rüber. Hier ist sie gar nicht drin. Hier ist sie tatsächlich ein bisschen locker. Ich weiß nicht, wie gut ich es reinkriege. Aber ich kann sie halt bewegen mit dem Finger. Was wahrscheinlich nicht so der Deal ist, den man haben soll. Und ihr seht auch, diese weißen Stellen drumherum, das ist gebrochenes Plastik. Also richtig geil, weiß ich nicht. Mit schwarzen Schrauben auf jeden Fall. Wenn man es einmal zumacht, weg macht. Wie gesagt, ich würde hier wahrscheinlich eine Gumminierung noch haben wollen. Und dann wäre das ganz cool. Bevor ich jetzt aber weitergehe mit positiven oder negativen Aspekten, würde ich sagen, machen wir das Ding einmal auf. Das ist jetzt offiziell das zweite Mal, dass ich dieses Teil aufmache. Das erste Mal war, um den Fallen Angel zu verbessern. Dann, wie gesagt, habt ihr hier die obere Platte. Und ihr seht schon, ein paar von denen sind aufgeladen. Das liegt dran, weil das sind immer noch diese Drextalias aus den Sacred Layers, die einfach kacke sind. Danke nochmal dafür, Wizards. Sobald es aufmacht, fängt es auch richtig an, nach Plastik zu stinken. Also, ey, richtig widerlich. Aber ihr seht schon, hier innen drin, das ist wunderschön wirklich gemacht. Und das ist alles bedruckt. Und zwar richtig, richtig gut bedruckt. Das ist schon schön. Das ist schon nicht schlecht. Ja, bei den Karten selber, wie gesagt. Also hier ist zum Beispiel jetzt das Problem, dass hier etwas in diese Karte, in diese Hülle reingekommen ist. Und jetzt auch die Karte tatsächlich beschädigt hat, wie ich gerade sehe. Was ziemlich mies ist. Also das alleine zeigt schon, ihr müsst da echt super hart mit aufpassen. Und ihr müsst da wirklich, wirklich alles richtig sauber machen. Ich habe da anscheinend nicht genau drauf geachtet, dass wirklich alles an Staub raus ist. Weil ihr, ihr seht zwar hier diese Eingang. Ich nehme mal die ganzen Kastadias beiseite. Nur um Wizards nochmal zu zitieren. Perfectly fine for tournament place. Nicht. Mein Rant zu Sacred Layer habt ihr alle mitbekommen. Dann meine kleine vollen Angel-Sammlungen. Und dann gucken wir uns mal die Rückseite an. Die Rückseite, wie gesagt, hat hier diese, ihr seht das auch schon, diese Inlays. Da kann man dann eben eine Karte reinlegen. Die stößt dann hier wirklich gegen. Das ist schon nicht schlecht. Aber auch hier seht ihr schon, da ist einiges an Staub drin. Heilige Kante. Und wenn das natürlich dann in die Karte reindrückt und die Karte dann hier kaputt macht. Gerade als Sammler ist das natürlich richtig mies. Richtig, richtig, richtig mies. Es hat sich auch richtig durch die Hülle gedrückt, wenn man das sieht. Da sieht man es ganz kurz. Egal, lassen wir das geblende. Könnte man auch ohne Hülle hier reinlegen. Ist mir persönlich aber glaube ich dann einfach nichts. Ich bleibe bei diesen Inner-Sleeves, die ich mit da reinlege. Die passen damit auch ganz genau rein. Was ich sehr, sehr cool finde. Es passen keine normalen Sleeves rein, was ich doof finde. Aber es passen diese Inner-Sleeves rein. Was, wie gesagt, was ich gut finde. Schraube ich mal zusammen und wir reden nochmal weiter drüber. Ja, alles in allem muss ich halt sagen, ich bin von dem Produkt ziemlich begeistert. Tatsächlich. Gerade noch ein bisschen nochmal auf- und zugeschraubt. Mal geguckt, was so doof ist, was machbar ist, was geht und was nicht. Die Qualität ist halt von UltraPro das, was wir von UltraPro erwarten. Es ist stabil, aber nicht gut. Wie gesagt, so Kleinigkeiten wie schwarze Schrauben oder vielleicht nicht, dass die sich kaputt reißen und hier so eine komplett lose, dumme Schraube ist. Ein kleines Gummibändchen, damit wenn man das einmal zugemacht hat, da die Luft drinnen versiegelt wird. Ansonsten bin ich damit sehr zufrieden. Ich lasse das mal gerade mal so einmal fallen und gucke, ob da irgendwas passiert. Mir passiert gar nichts. Alle bleiben drin liegen. Gerade auch mit der Innenaussparung finde ich das cool. Mit den verschiedenen Versionen finde ich das auch ziemlich, ziemlich cool. Da kann jeder genau das sich raussuchen, was er braucht und was er haben möchte. Und ich glaube, als Idee gibt es sowas noch nicht auf dem Markt. Ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool. Wenn man das noch ein bisschen verbessern würde, wie gesagt, mit so ein paar Sachen, wäre das ein richtig cooler Bilderrahmen, den man sich aufhängen könnte. Nicht mitten ins Licht, bitte. Weil ihr wisst ja, mitten im Licht tut den Karten nicht gut. Aber sonst könnte man da natürlich auch noch so einen UV-Schutz drüber machen. Aber dann bewegen wir uns schon wieder in einer ganz anderen Kategorie. Ansonsten, wie gesagt, finde ich das Ding einfach sehr, sehr cool. Und deswegen wollte ich es euch mal gezeigt haben. Wie gesagt, ich wurde verdammt oft danach gefragt über meine Social Medias. Also Instagram, Facebook, Twitter und so weiter und so fort. Oder auch in YouTube tatsächlich direkt. Ich dachte mir, ich zeige es euch mal. Damit habt ihr ein kleines Blech gezeigt. Ich würde sagen, ich spiele damit noch ein bisschen rum. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Neuer Blechseht. Ciao, ciao.